Und damit begrüße ich euch zurück zu Team Eurosport. Wir sind unterwegs beim La Fleche Ardennes. Wahrscheinlich einigen noch bekannt, wahrscheinlich alle haben auch mein Eddy Merckx Let's Play gesehen. Das war damals unser allererster Sieg und damit auch der Stufenaufstieg beim 2015er. Ich haue jetzt mal hier die Pause rein und wir sehen, dass Diego Pellegrini heute die Plus 2 hat und sich damit natürlich schon mal als Kapitän anbietet. So, welche Taktik machen wir denn? Joel Harry, natürlich schon die 73 am Berg. Hügel heute allerdings nur die 69. Auch die Beschleunigung wird heute wichtig sein und da ist Pellegrini auch in Ordnung. Wildinger auch eine Plus 2 am Hügel, aber Pellegrini ist trotzdem theoretisch noch mal stärker. Dann würde ich Seifert mal für Pellegrini als Beschützer geben. Henry Ullik haben wir dabei, Pascal Motes mit der 68 in der Ebene und Kopfsteinpflaster natürlich eigentlich seine Stärken. Können wir auch noch mal zum Helfer umfunktionieren. Wen nehmen wir denn sonst noch? Also Harry ist natürlich momentan richtig Jut Drup. Einige Sieger auch eingefahren. Carsten Seifert haben wir jetzt schon als Beschützer. Pascal Motes nehmen wir dann noch mal für Wildinger und dann haben wir zwei, die freifahren. Das sind dann Joel Harry und Henry Ullik. Gut, das wäre mal die Taktik. Henry Ullik, der sensationelle Weltstar aus Mexiko. Also er ist dort wo älterer Mexiko-Sieger geworden. Immerhin von 16 Fahrern hat er sich gegen die Weltelite durchgesetzt und in den Kommentaren stand ja, dass er aus Versehen gewonnen hat. Ja, es war auch mehr oder weniger aus Versehen. Ich hatte ja auch mit Harry angegriffen, aber Harry wollte nicht vorbeiziehen. Also hat Henry Ullik das einfach mal in Jan-Ullrich, Berne Riesmann hier gewonnen. Ich behaupte ja, Jan-Ullrich hätte 1996 schon die Tour gewinnen können und es haut hier runter. Alter Schwede. Also wie man auch sieht, ich habe die Grafik, wie gesagt, wieder etwas verändert. Die Fahrer glänzen jetzt nicht mehr so, das mag ich ja gar nicht. Das ist jetzt alles wieder etwas matter und wir haben natürlich hier auch schlechtes Wetter. Von daher wirkt das Ganze dann noch ein wenig dunkler. Die Taktik ist, denke ich mal, klar für den Tag. Wir warten erst mal ein bisschen ab. Dann gibt es hier hinten raus den Rundkurs und dort werden wir dann vielleicht am vorletzten Berg attackieren. Das sind dann circa noch 10 Kilometer bis ins Ziel. Wie gesagt, das Profil sagt mir halt auch ein bisschen was, weil wir das mit Eddie Merckx schon mal gefahren sind. Dann würde ich sagen, können wir nämlich jetzt schon mal etwas schneller stellen. Gehen mal in die Helikopterperspektive und natürlich jetzt eine eigentlich vollkommen übermüdete Aufnahme. Ich glaube, ich habe drei Stunden Schlaf bekommen die Nacht. Das ist für mich auch immer dieser Spätschicht-Frühschicht-Wechsel, den es mitten in der Woche gibt. Das haut mich immer komplett aus den Latschen. Aber dafür heute Abend früh ins Bett und noch ein bisschen Olympia gucken. Und dabei schläft man bestimmt ein, spätestens, ich weiß nicht. Also ein paar Sportarten sind schon extrem langweilig, aber da hat ja jeder seine Vorlieben. Aber es macht es ja auch gerade aus, dass diese Randsportarten dabei sind. Aber Thema Olympia können wir eigentlich gleich mal bleiben. Hat ja auch Benni gefragt in den Kommentaren, was ich denn zur Ex-Dopa-Nummer für eine Meinung habe. Meine Stimme geht auch gerade weg. Also diese Geschichte mit der Yefimowa, die Schwimmerin, die jetzt auch Silber gewonnen hat, das finde ich schon extrem verlogen. Dann wird sie ausgebucht von den Fans und die Kolleginnen, in Anführungszeichen, ignorieren sie und reden kein Wort mit ihr. Und die internationale Presse will eigentlich auch nicht unbedingt groß was mit ihr zu tun haben. Ich finde das eine unglaublich verlogene Geschichte, gerade wenn die Amerikanerin sich dann hinstellt und sagt, Ja, ich habe gerade Gold gewonnen, aber die zugedröhnte, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber die zugedröhnte Schlampe neben mir, die ja alles in sich reinwirft und vollkommen zugedopt ist, die habe ich gerade einfach mal so geschlagen und die hat natürlich auch Silber nicht verdient und dürfte ja gar nicht dabei sein. Ich frage mich immer, was geht in diesem Moment im Kopf von Sportlern vor? Wenn sie sowas erzählen müssen oder wenn sie genau wissen, okay, ich nehme wahrscheinlich dasselbe wie die Russin, aber die Russin wird angefeindet, ich weiß es nicht. Ich käme mir da unglaublich blöd vor, ich könnte mit dieser Situation auch, glaube ich, gar nicht umgehen. Wenn ihr mal was Interessantes lesen wollt, dann googelt einfach mal Bernhard Kohl. Das ist der ehemalige Dritte der Tour de France, ich glaube 2008, das habe ich nämlich jetzt die Tage auch mal wieder gemacht. Bernhard Kohl, damals für Gerolsteiner gefahren, ihr wisst, Hans-Michael Holzer hat von nichts gewusst. Hat nichts gewusst, Doping, er weiß gar nicht, was Doping ist, aber nochmal die eigenen Fahrer verklagen, dieses riesige Arschloch. Also Hans-Michael Holzer, damals Teamchef bei Gerolsteiner, auf einmal sind, ich weiß nicht, wie viele Fahrer positiv getestet worden. Unter anderem eben halt auch Bernhard Kohl und der hat danach dann auch direkt seine Karriere beendet und hat gesagt, das war für ihn wie eine Befreiung. Jeden Tag aufstehen, jeden Tag Angst haben, die Dopingjäger könnten kommen und könnten dich testen. Jeden Tag Angst, dass deine Existenz wegbricht und Radsport ist ja nun mal seine Existenz gewesen. Das war für ihn schon extrem hart und das ist ein sehr interessantes Interview. Er beschreibt so dieses Dopingleben, dieses Doperleben, was wirklich alle Sportler auch leben, also alle Leistungssportler. Also gerade bei Ausdauersportarten, beim Schwimmen, natürlich dopen die alle. Das ist vielleicht auch der Nachteil der Deutschen, ich weiß es nicht, die Mittel sind vielleicht nicht da, um richtig zu dopen. Vielleicht werden die Deutschen auch mehr getestet, das ist sicherlich ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Aber im Endeffekt ist es für mich einfach so unglaublich, wie man dann einfach so in die Kamera lügen kann. Auch wenn ich dann Usain Bolt sehe, der dann sagt, wir sind auf einem guten Weg, habe eben noch ein Interview mit ihm gelesen. Wir sind auf einem guten Weg, wir sind schon sehr sauber und er hofft, dass in Zukunft dann der Sport komplett sauber ist. Das ist einfach ein Hohn eigentlich. Man schaut da hin und denkt sich, der Mensch erzählt einem gerade einen riesigen dampfenden Haufen Scheiße. Ich weiß nicht, glauben die Journalisten das? Natürlich darf man nichts schreiben, wenn man es nicht beweisen darf, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Aber im Endeffekt lasse ich mir den Sport auch nicht kaputt machen. Ich liebe den Radsport, kann ich immer nur wieder sagen. Das Radsport, natürlich in den Medien immer gleich Doping zu setzen, ist das auch wieder klar, leider. Man muss davon ausgehen, dass Chris Froome gedopt ist. Alles andere wäre wirklich eine riesige Überraschung. Man muss auch davon ausgehen, dass Diego Pellegrini und Cristiano Wildinger hier gedopt sind. Wir kriegen es halt nicht mit. Aber im Endeffekt sind, glaube ich, alle gedopt. Und da einfach ein bisschen lässigerer Umgang mit, die Russen jetzt zu verteufeln, nur weil sie dumm dopen. Das muss man ja sagen. Also Staatsdoping ist sicherlich so die blödeste Variante von allen, weil man es halt wirklich auch nachvollziehen kann. Du kannst es, wenn es ganz von oben ist, dann gibt es Kanäle. Du kannst alles irgendwie miteinander verbinden. Wenn du das natürlich kleinteilig machst und nicht besonders gut erreichbar bist, wie das dann wahrscheinlich in den kleineren Ländern, gerade beim Gewichtheben. Ich meine, theoretisch dürften beim Gewichtheben ja wahrscheinlich nur drei, vier Sportler teilnehmen. Ansonsten sind alle gedopt. Das ist pures Krafttraining. Natürlich, die nehmen alle was. Ist doch ganz klar. Und wenn dann die Russen gesperrt werden, weil sie ganz böse sind und dopen, das ist wie gesagt ein Witz für mich. Weil die Russen gehörten alle ausgeschlossen. Kein einziger russischer Athlet gehört zur Olympia, meiner Meinung nach. Und zwar nicht, weil sie gedopt sind, sondern weil sie zu blöd sind, es so zu machen, dass es keinem auffällt. Und meine persönliche Meinung dazu. Aber was mit der Schwimmerin, mit der Jefimova gemacht wird, wie gesagt, von den Konkurrenten. Weil der Gedankengang der Konkurrenten muss ja sein, okay, ich nehme genau dasselbe wie sie, aber wir machen sie jetzt richtig fertig. Wir machen sie jetzt fertig. Sie ist jetzt der Sündenbock für alle. Und alle anderen sind ungedopt, aber schwimmen trotzdem zum Teil schneller als sie. Das ist für mich einfach nicht greifbar. Ist natürlich auch ein bisschen eine Milchmädchenrechnung jetzt zu sagen, nur weil die eine dope, vielleicht hat die andere ja mehr Talent. Aber ich behaupte nach wie vor, und da kann ich jetzt froh sein, dass ich nur eine Privatperson bin, ansonsten würde ich wahrscheinlich direkt verklagt werden. Ich behaupte nach wie vor, dass Magdalena Neuner ihre Karriere beendet hat, weil sie einfach keine Lust mehr hatte auf dieses Leben. Sie wollte nicht mehr jeden Tag aufstehen und dieses Bernhard-Kohl-Leben haben und sich überlegen, okay, natürlich dope ich. Ist Henry Uhlik gerade ausgerissen? Nee. Natürlich dope ich, ist ja ganz klar. Ansonsten könnte ich nicht die mit Abstand beste Läuferin sein. Wie gesagt, es kann mir ja keiner erzählen, dass die Russen alle zugedröhnt sind und die Magdalena Neuner trotzdem allen davonläuft. Sie war jetzt auch nicht die beste Schützin. Also es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass das klappen kann. Und beim Thema Doping, da kann ich mich immer in Rage reden. Ich mag ja auch Werner Franke, der das dann einfach mal ausspricht und dann auch, wenn ich beim ZDF, was ist das ZDF? Oder ARD, nee, ARD, Christine Otto dort stehen sehe und mir denke, das ist eine DDR-Schwimmerin. Die ist zugedröhnt, die hat natürlich Sachen genommen, wo sie wahrscheinlich, wahrscheinlich in Anführungszeichen nicht mal wusste, was sie überhaupt nimmt. Aber trotzdem lasse ich mir dort mit öffentlich-rechtlichen Gebühren von der erwiesenen Doperin erklären, wie sauber doch unsere Schwimmer sind. Das ist, an der Postleur können sie ja nicht besser machen. Da könnte ich mich jedes Mal wieder so drüber aufregen, über diese Verlogenheit. Aber das Problem des Sportes generell ist es, wenn ich jetzt Präsident des Radsport-Weltverbandes wäre, dann würde ich mir doch auch dreimal überlegen, ob ich meine besten Sportler des Dopings überführe. Ich meine, Armstrong wurde, glaube ich, bei der Tour des Wismar 2019 oder 2000 irgendwann auch positiv getestet, hat dann irgendeine Spende an die UCI getätigt und so weiter und ist deswegen nicht gesperrt worden. Die haben sich natürlich auch gedacht, das ist der kommende Star, oder der Star des Radsports, der bringt uns Millionen. Deswegen schauen die Leute diesen Sport und wenn jetzt natürlich Froome, Nibali, Contador, alle gesperrt werden würden, dann hätte es in Großbritannien würde das Interesse zurückgehen, in Spanien und in Italien. Davon hat im Endeffekt der Radsport-Weltverband gar nichts. Warum sollen die also das fördern? Das ist so eine idiotische Rechnung. Natürlich, man muss dort von außen rankommen. Extern, auch wenn ich FIFA-Ethikkommission lese, denke ich mir auch mal, natürlich, das funktioniert natürlich, dass die sich von innen sanieren. Das ist doch ein Quatsch. Also unglaublich viel Verlogenheit dabei und jetzt habe ich, glaube ich, mich lange auch genug in Rage geredet. Wir kommen jetzt langsam in die entscheidende Phase. Ich würde Henry Ulic gerade nochmal an Wasser holen lassen. Wie gesagt, dann fahren wir heute für Diego Pellegrini. Ich glaube, Christian und Willinger können wir uns nochmal für die Hinterhand aufbewahren quasi. Das ist jetzt hier zum ersten Mal der Hügel, da wird das Tempo jetzt auch höher. Sieht zumindest so aus. Strampeln sich da gerade einen ab. Müssen wir nämlich jetzt mal aufpassen. Also wie gesagt, Thema Doping habe ich sicherlich nicht die Mainstream-Meinung, aber ich finde es einfach nervig, wie verlogen einfach mit dieser ganzen Geschichte umgegangen wird. Wie gesagt, die Russen sind jetzt die Bösen. Na klar, die Russen sind generell auch weltpolitisch die Bösen, genauso wie die Türken böse sind. Da kann man ja, wie gesagt, naja, drüber streiten kann man wahrscheinlich noch nicht mal. Thema Menschenrechte in der Türkei und alles Mögliche. Auch bei den Russen ist sicherlich auch die Pressefreiheit beschnitten und so weiter. Da kann man überall drüber streiten, aber seit Putin geht es den Russen besser. Es ist der erste, also unter Boris Yeltsin ging es ihm ganz dreckig. Aber wirtschaftlich ist es in Russland aufwärts gegangen, auch zumindest in den letzten Jahren. In den letzten Jahren, seit Putin dran ist und auch in der Türkei haben die Leute mehr Geld in den Taschen. Das muss man natürlich auch immer betrachten, wenn wir aus unserer europäischen, wunderbaren, demokratischen Sicht da immer drauf denken, drauf blicken. Das ist den Leuten dann manchmal auch ziemlich wurscht, was da ums Eck passiert, ob dort Menschen ausgeschlossen werden oder eben Beamte ihres Amtes enthoben werden und so weiter. Keine Ahnung, was da momentan alles in der Türkei passiert. Das interessiert die meisten Leute aber nicht. Die sind stolz auf ihr Land und vor allem, es lässt sich ganz gut leben in der Türkei. Das ist das Wichtige für die Menschen. Aber wie gesagt, aus unserer deutschen Sicht, wir haben ja immer alles perfekt. Deswegen sind wir in der Geschichte ja auch so beliebt, weil wir Deutsche immer alles perfekt machen. Unsere Form der Demokratie ist das Höchste und deswegen müssen wir ja auch in Nordafrika überall die Demokratie einführen und schaut mal an, wie gut es den Ägyptern jetzt geht mit Demokratie und so weiter. Dann wählen sie, dann wird der demokratische Präsident vom Militär abgesetzt. In Libyen geht es den Leuten schlechter als vorher. Natürlich kann man über Gaddafi streiten, definitiv eine streitbare Person. Aber Fakt ist, dass es den Leuten jetzt auch schlechter geht, trotz Demokratie und allem Möglichen, was dort angeblich eingeführt wurde. Demokratie füllt den Bauch nicht. Das ist das Problem und das brauchen die Leute. Und jetzt haben wir hier so eine richtige, wahrscheinlich hätte ich jetzt böse angegriffen, den Kommentaren, weil wie gesagt, ich bin nicht immer im Mainstream bei diesen Meinungen. Ich glaube auch nicht, dass Deutschland immer alle Probleme auf der Welt lösen kann. Gerade auch vor Ort können wir auch in Syrien den Konflikt sicherlich nicht lösen. Man kann natürlich sagen, Waffenlieferung stoppen, dann liefert die Waffen ein anderer. Das würde überhaupt nichts stoppen. Nur die Deutschen könnten sich zurücklehnen und sagen, ja, mir sind es nicht schuld. Mir wollen es nicht. So, ich glaube, das wäre ein bisschen zu lang, um jetzt schon zu attackieren, oder? Oder sollen wir es probieren? Wir haben ja noch Wildinger in der Hinterhand. Dann würde ich mich mit Pellegrini jetzt für mich schon mal leicht an die Spitze setzen. Na doch, das könnte sich ausgehen. Na komm, nimm nochmal ein bisschen raus. Da vorne geht es dann rein. So, Seifert versucht ihn nochmal zu beschützen. Ein bisschen spät, aber dann kommt jetzt mal die Attacke von Pellegrini. Da vorne der letzte Ausreißer, an dem wir hoffentlich jetzt einfach vorbeifahren. Hemrull. Oh, sogar der rote Balken blinkt. Das ist super. Hier ist alles super. So, Wildinger, bitte vorne dranbleiben. Pellegrini ist noch am attackieren. Das sind aber noch zwölf Kilometer, deswegen würde ich es mal vorsichtig angehen. So, wie gesagt, Wildinger. Oh, da wurde sogar eine Attacke hinterhergesetzt. Ah, Biontura ist hinterhergefahren. Pellegrini, so, eine Runde noch. Hier müssen wir jetzt durchstehen. Aber es sieht so aus, als würde Biontura zumindest ranfahren. Dann haben wir vielleicht mal ein spannendes Finale. Können aber auch nochmal ein bisschen mehr Schmackes geben. Noch ist er nicht dran, aber gleich ist er dran. 12, 13, jetzt wird es wieder ein bisschen, ist ein bisschen mehr geworden, aber in der Abfahrt kommt Tura immer wieder ran. Momentan natürlich noch unser wunderschönes Gel, was wir dort schnabulieren. Können wir uns da nochmal absetzen? Also, wir werden jetzt als eine Gruppe geführt. Ich würde mich jetzt noch nicht darauf verlassen, dass er unbedingt... Doch, jetzt ist er dran. Komm, wir ziehen das aber einfach durch. Der hat richtig Kraft verbraucht. Wie schaut es bei Wildinger aus? Der ist hier hinten dabei. Er hat noch volle Power. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also, wir wollen jetzt natürlich nicht hinterherfahren. Das sind, glaube ich, auch überrundete. Wir haben uns vorne... Aber wieder abgesetzt. Ne, doch, haben wir. Acht Sekunden allerdings nur. Aber das können wir doch jetzt eigentlich nochmal mit einem kleinen Schlussspurt schaffen. 16 Sekunden, dann haben wir Björn Tura doch noch kaputt gefahren. Dann können wir uns jetzt auf Wildinger konzentrieren. Ist ja nun ein Tagesrennen. Sollen wir hier die Mega-Attacke machen? Einfach mal zum Spaß, um abzulenken von meinem politischen Gebrabbel. So, Pellegrini kommt rein und jetzt müsste er platt sein. Ja, perfekt. Pellegrini gewinnt. Dahinter kommt Björn Tura, der große Favorit des Tages. Hier hinten kommen jetzt die Attacken unserer drei Fahrer, die wir gerade mal beobachten. Pascal Motos haben wir auch noch, aber der ist schon ziemlich platt. Schauen wir gerade mal. Was da noch drin ist. Gehen jetzt wahrscheinlich alle direkt in den Sprint über. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Wildinger auf 5, Harry auf 6. Dann wird Ulick und Seifert kommen noch rein. Dann haben wir fast alle in die Top 10 gebracht. Nur Pascal Motos fällt leider ein bisschen raus, aber der kommt als 12. da rein. Also da sieht man mal, wie überlegen wir jetzt hier tatsächlich auch schon sind. Aber Pellegrini mit Ansage. Jo, also Thema Doping, um das dann vielleicht auch jetzt mal abzuschließen für diese Folge, interessiert mich auch sehr. Ich habe auch schon einige Bücher darüber gelesen. Unter anderem von Tyler Hamilton kann ich das sehr empfehlen, der ja auch Tour de France Etappensieger war. Immer auch für CSC, glaube ich, gefahren. Also sehr interessant. Gibt natürlich auch sehr tiefe Einblicke in die Materie. Vor allem auch von jemandem, der Teil des Systems war. Wo man ja auch immer noch darüber reden muss, dass dann auch Sportler, dass immer die Sportler dafür verantwortlich gemacht werden. Also es wird dann immer angeprangert, dass die Sportler das nehmen, aber was da eigentlich immer für Gruppierungen dahinterstehen, das ist das eigentlich Kriminelle. Wir können da eigentlich jetzt auch gerade noch ganz kurz, einen Satz möchte ich dazu, was heißt Einsatz, ein paar Sätze möchte ich dazu eigentlich noch sagen. Aber jetzt kommt erstmal der Haddeland, der Haddeland Grand Prix. Da kann ich, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Eigentlich dachte ich, jetzt kommt unser wunderschönes Jahr. Den müssten wir allerdings mal simulieren, würde ich sagen. Da haben wir jetzt nicht unbedingt die Fahrer dafür. Wir können Adam Wood auf jeden Fall gleich mal an den Start schicken. So, den können wir dann hier mal an den Start schicken. Vielleicht nehmen wir die schlechteren Hügelfahrer mal raus. Das ist Michael Jünger. Ansonsten haben eigentlich fast alle einen guten Hügelwert. Lassen wir nach Oskar Neuber. Ist halt gut, gut, Drup. Mesche da eigentlich auch. Dann lassen wir Matthias Hink mal raus. So, und simulieren das gerade mal schnell. Ich meine, das macht jetzt auch keinen Sinn mit Oskar Neuber da zu fahren. So, richtig viele Chancen werden wir wahrscheinlich eh nicht haben. Meschete und Riedel. Na, aber hallo. Ziemlich gut dabei. Lars Ritter auf Platz 16. Einem Wood auf Platz 25. Kommt jetzt auch hoffentlich bald mal wieder besser hin vor. Matej Sadric. Der wird dann bei den Bergetappen auf jeden Fall nochmal an den Start gehen. Dann Tour de Berlin müsste noch kommen. Und Flecht du Süd simulieren wir ohnehin. Weil jetzt da fünfmal dieselbe Etappe fahren, hatte ich ja schon gesagt. Also es ist sowieso schon die fünfte Etappe. Da hatten wir in der letzten Folge schon einiges simuliert. Ich werde generell dann jetzt auch demnächst einiges simulieren. Bislang eine sehr unlustige Folge. Ich weiß. Aber ich kann vielleicht noch schnell einen Sami Slimani Spruch raussuchen. So, da haben wir wieder nichts geholt. Ein bisschen Stück gerade 21. Ja, mir ist Sanz gewöhnt. Wenn man nicht alles selber macht hier. So, und jetzt haben wir dann Tour de Berlin. 25,3 Kilometer langes Zeitfahren. Da kann man schön nochmal ein bisschen quatschen. Dann bringe ich meinen Gedanken zum Thema Doping auch zu Ende. Bin ja gar nicht dafür. Es gibt ja auch immer Leute, die sagen, ja, dann müssen wir das halt legalisieren. Da bin ich ja gar nicht dafür. So wie das momentan ist, ist das schon in Ordnung. Es wird den Leuten schwer gemacht zu dopen. Ist natürlich viel Verlogenes mit dabei. Aber es wird den Leuten trotzdem schwer gemacht. Und gut für die Gesundheit ist es natürlich auch nicht. Und ich behaupte auch, dass inzwischen sicherlich ein bisschen weniger gedobt wird, als das vielleicht Anfang des Jahrtausends der Fall war. Oder Ende der 90er Jahre. Da war es sicherlich auf dem Höhepunkt. Wenn man sich anschaut, wie die Bergetappen damals gefahren wurden, auch noch, auch ja, zeitfahrmäßig läuft das aber hier. Das könnte gut werden. Selbst Luis Pockel war da mit dabei. Also wenn man sich anschaut, wie Pantani, Armstrong, die Berge dort hochgeflogen sind und wie die heute zum Teil da hochfahren, dann muss man sagen, das war sicherlich spannender. Oder schöner anzusehen damals. Aber heute sieht das natürlich schon etwas realistischer aus. Wenn da einer attackiert, dann geht er aus dem Sattel, dreht sich sofort um und denkt sich, oh scheiße, ich bin ja gar nicht weggekommen. Früher war das dann Sprints. Wo war das ganz besonders? Ich meine, damals Contador gegen den Rasmussen. Die haben da Bergsprints hingesetzt. Da hat jeder gestaunt. Das war der absolute Hammer. Aber trotzdem, schön anzuschauen war es. Aber da hat man natürlich dann immer zweifelnd hingeschaut. Das tut man natürlich ohnehin immer. Aber in dem Fall war es extrem. So, ich würde das hier jetzt mal ein bisschen langsam durchspielen. Vielleicht Adonis haben wir gewonnen übrigens, falls es keiner mitbekommen hat. Ich hatte es aber, glaube ich, kommentiert, hoffe ich. Christian Koch eröffnet jetzt hier das Zeitfahren. Was ich halt immer, wie gesagt, so ein bisschen schade finde. Nehmen wir Patrick Sinkiewicz als Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einer anderen Folge genannt hatte. Das war damals eines der Opfer. Bei der Tour de France ist er auf der Abfahrt quasi, nachdem das Rennen schon vorbei war, die Radsportler sind dann runtergefahren mit dem Rad zum Teil ins Tal, um von dort aus dann eben ins Hotel gebracht zu werden. Dort ist er abgefahren, mit einem Fan zusammengeprallt. Und ich glaube, zwei Wochen später kam dann raus, dass er sogar gedopt war bei der Tour de France und ein Pflaster aufgetragen, worüber dann Substanzen in den Körper gehen. Und das steht leider auf der, oder steht nicht leider, sondern das steht auf der Dopingliste. Also ist er positiv überführt worden. Vor der Saison gab es diese Vereinbarung, die die Fahrer unterschreiben mussten, dass falls sie positiv getestet werden, dass sie dann, ich glaube, das Doppelte des Jahresgehaltes entweder an die UCI oder an den Sponsor, ich weiß nicht mehr genau an wen, zahlen müssen. Und das finde ich halt immer so ein bisschen heftig, weil im Endeffekt der Fahrer ist ja das kleinste Rädchen in dem ganzen System. Die Hintermänner, die dopen, die sind dafür. Der Fuentes hat sich ein goldenes Näschen damit verdient. Es gibt so viele Ärzte und ich behaupte nach wie vor, das habe ich auch schon mal gesagt, dass Guardiola auf Müller-Wohlfahrt beziehungsweise auf die Bayern-Ärzte nicht sauer war, weil die häufig verletzt waren oder weil Ribé verletzt war, sondern weil die Ärzte sich wahrscheinlich auch geweigert haben. Diese letzten Prozent, die man wahrscheinlich nur illegal aus Spielern rausholen kann, das ging beim FC Barcelona anscheinend einfacher mit den Ärzten. Aber das sind alles natürlich nur Vermutungen. Ich kann das nicht zu 100 Prozent bestätigen. Ist allerdings jetzt nicht so, dass ich hier auf der Couch sitze, mir die Nase reibe und denke, Ha! Das könnte natürlich sein. Nein, das haben natürlich Journalisten auch recherchiert. Hatte den Artikel, glaube ich, oder ich glaube, Benni hatte ihn, glaube ich, auch schon mal in die Kommentare gepostet von der FAZ. Da wurde auch Gis Hiddink zum Beispiel genannt, dessen Mannschaften immer unglaublich viel rennen. Läuferisch stark sind 2002 die Südkoreaner. Ich glaube, die rennen immer noch. Es sind, glaube ich, immer noch dieselben jetzt bei Olympia. Und da haben wir Benni auch. Einfach mal eine fette Plusfünf am Start. Also, wer viel in die Kommentare schreibt, der bekommt auch eine gute Tagesform. 25 Kilometer lang. Ich würde es mal etwas vorsichtig angehen. Es ist relativ flach. So ein paar kleine Erhebungen. Aber wie gesagt, ich finde es dann schlimm, wenn Patrick Sienkewitz dann quasi das Doppelte seines Jahresgehaltes zahlen muss und der Sponsor gar nichts. Es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass die das nicht wissen oder dass das vom Team aus gemacht wird. Ich meine, Team Telekom ist vor der Tour der France immer noch mal schön nach Freiburg. Freiburg ist ein schönes Städtchen, wirklich. Ein sehr, sehr schönes Städtchen. Kann ich nur empfehlen. Auch die Leute dort unten unglaublich gastfreundlich. Macht Spaß. Ist auch eine Universitätsstadt. Aber ich glaube nicht, dass das komplette Team Telekom immer an die Freiburger Uniklinik gefahren ist, um dort noch mal schön lecker Eis zu essen. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen. So, erste Zwischenzeit. Gleich mal natürlich die Bestzeit für Benni Fjord. Zwölf Sekunden vorne. Wir können sogar etwas schneller fahren beziehungsweise vielleicht auch nicht. So, ich hoffe, es geht jetzt keinem auf die Nerven. Aber ich bin, wenn ich so übermüdet bin, dann bin ich manchmal quengelig kurz vorm Einschlafen und es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Einschlafen. Deswegen muss ich mich auch wach halten. Und dann kommt man manchmal in so einen Redefluss. Gut. Aber dann lassen wir das Thema jetzt mal. Aber wie gesagt, ich finde es einfach, es ist einfach eine verlogene Gesellschaft generell. Ich glaube, verlogener als in Deutschland ist es fast nirgendwo. So, Benni Fjord natürlich. Neue, fette Bestzeit. Mit großem Abstand. Also, hallo. 28 Sekunden. Das ist mal richtig krass. Freddy Ovet. Dann machen wir vielleicht mal die 67, um sich mal hier ein wenig drauf zu konzentrieren. Fast alle unsere Fahrer sind ja im Favoritenkreis. Da vorne geht es jetzt nochmal leicht bergab. Das Profil kennen wir natürlich auch schon. Einige Etappen, die uns jetzt wiederholt mal über die Füße fahren. Oder besser gesagt, wir fahren denen über die Füße. Wen haben wir denn da vorne? Den guten Herrn Hertig. Der ist auch beim Diskuswerfen, bei Olympia dabei. Schlechte Witze. Über Umlaute. Seht ihr, jetzt haben wir auch mal einen Witz in der Folge. Achso, ich wollte gerade sagen, warum ist Kinn nun denn da vorne? Aber der Start ist direkt auch am Ziel. Der Weg ist das Ziel. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für eine Bestzeit wird. Wir haben ja hinten raus sogar nochmal zulegen können mit Benni Fjord. Der gelbe Balken ist jetzt weg. 200 Meter vor dem Ziel und eine Minute Vorsprung. Not bad. So, Reuter auch am Start. Probieren wir es mal ein bisschen differenzierter. Also, Grunewald Kinn nun. Ich weiß gar nicht, wo Benni Fjord in der Gesamtwertung war. Aber sollte ja eigentlich jetzt noch nicht die ganz großen Abstände gewesen sein. Äh, ja. Nee, Benni Fjord hatte nur SZ. Die Süddeutsche Zeitung hatte er. Auch eine gute Zeitung, aber ich habe da eigentlich kein präferiertes Blatt. Jo, wisst ihr das auch mal. Ich habe kein präferiertes Blatt. Ich mag Ahornbäume, aber ich mag auch die FAZ. So, wir verbrauchen mehr Kraft, als Strecke da ist. Das kann da ein bisschen ein bisschen hoppisch werden. Falls ich jetzt gleich einschlafen sollte nach meinem Redeschwein, dann ist das einfach die letzte Energie gewesen, die ich überhaupt habe. Und ich möchte bitte, dass ihr auf jede einzelne meiner Thesen auch Bezug nehmt. Nicht was vergessen. Jo, Benni, das lauft's doch ganz gut. Kronewald bei der ersten Zwischenzeit vier Sekunden zurück. Kuna zwei Sekunden. Ich tippe mal Reuter drei Sekunden. Wat? Sogar eine Bestzeit. Das ist ja nicht zu fassen. Da hat sich, haben wir einfach mal die Vierfachführung. Jetzt kommt auch noch Luis Pockel, der auch noch eine passable Tagesform hat. Und die anderen hier sind eigentlich nicht so richtig gut drauf. So, Kronewald kommt zur zweiten Zwischenzeit. Dort ist er zehn Sekunden hinter Benifjord, der hinten raus ja auch noch mal ein bisschen Tempo gemacht hat. Ich lasse das jetzt mal auf der 67. Wir sind es ja generell etwas schneller angegangen. Ich glaube, Kinnun müssen wir etwas vorsichtiger sein. Kinnun sieben Sekunden. Jetzt müsste auch direkt dann Reuter schon kommen. Da sind noch zwei Kilometer Luis Pockel. Und dann kommt natürlich auch noch Schmitty, unser bester Zeitfahrer. Aber gerade Zeitfahren ist ja zum Beispiel, während Zeitfahren vorne ist, da kann man Gift drauf nehmen, dass der gedopt ist. Also Tony Martin, der nimmt wahrscheinlich doch relativ viel. Würde ich mal sagen, weil das ist ja Ausdauer pur. Kraft, Ausdauer, muss eine hohe Wattzahl über einen langen Zeitraum treten. Das ist ja prädestiniert dafür. Aber wie gesagt, ist ja kein Thema. Das lässt sich halt leider nicht vermeiden. So, Luis Pockel. Achso. Boah, 9,55. Der Erster, der unter 10 Minuten gefahren ist bei der ersten Zwischenzeit. Krunewald nicht verpassen. Gerade auch der gelbe Balken weg. 29 Sekunden hinter Benni Fjord, der aber natürlich mit plus 5 auch eine Bombentagesform hatte. So, Kinnun müsste eigentlich auch ganz gut aussehen. Oh, Reuter. Da ist leider der gelbe Balken schon etwas zu weit weg. Ich rede immer vom Balken, ich weiß. Da kichert immer jeder in sich rein. Hihi, gelbe Balken. So, erster, zweiter, dritter im Ziel. Kinnun auf 3. Reuter allerdings könnte jetzt nochmal hinten raus ein bisschen einbrechen. Aber mit der Tagesform minus 3 hat er natürlich auch weniger Ausdauer. Das macht hier auch einen Unterschied. So, ich hoffe, das mit der 60. Ja, doch, das sollte eigentlich noch ganz gut funktionieren. Er ist erst auf den letzten Metern dann richtig müde. Christian Reuter natürlich auf 4. Damit haben wir schon mal die ersten 4 Plätze. Mal schauen, was da noch kommt. Ein paar Fahrer sind ja durchaus noch unterwegs. So, Louis Pockel können wir mal ein bisschen schneller stellen. Ich gehe mal auf die 67 runter. Zweite Zwischenzeit sind wir gleich und jetzt geht vor allem auch gleich Schmitty von der Rampe. Können wir schon mal hingehen. Der 8. der Gesamtwertung. Der ja ganz toll den Sprint angefahren hat, auch für Louis Pockel. Der dann einfach erst mal aus Versehen die Handbremse gedrückt hat. Das lief echt prima. Das muss man ihm lassen. So, Pockel auf... Oh, schon wieder Bestzeit. Wer hat denn Bestzeit? Oh, Bjarne van Acker hat die Bestzeit jetzt unterboten. Louis Pockel noch 3 Sekunden vorne. Respekt. 66er Zeitverwert eigentlich nur. Schmitty leider mit der Minus 2. Das könnte entscheidend werden. So, hat jetzt noch 3,7 Kilometer. Hier sind es noch 4,1. Also bleiben wir erst mal bei Schmitty. Schauen wir mal, wie er zur ersten Zwischenzeit kommt. Vorhin fährt Michael Goulart. Auch eine passable Zeit. Pockel kommt dann gleich ins Ziel. Ja, das sieht aber gut aus. Und Schmidt bei der ersten Zwischenzeit noch mal eine Sekunde schneller. So, Finale. Louis Pockel. Jetzt ist er leider durch. Jetzt muss er kämpfen. Und im Ziel... Ach, 23 Sekunden. Benni Fjord, alter Schwede. Die Schlussrunde von Benni Fjord war der absolute Hammer. Also zwischen dem letzten Messpunkt und dem Finale. Das war schon eine sehr, sehr gute Leistung von Benni Fjord. Vielleicht holt er hier seinen ersten Sieg. Es wird allerdings eng. 16 Sekunden bei der ersten Zwischenzeit. Boah, da hat er aber 16 Sekunden schon Rückstand gehabt. Bedeutet bei der zweiten Zwischenzeit erstmal gar nichts verloren. Und hinten raus ist er extrem stark. Also da war es vielleicht sogar besser, wenn man es ein bisschen ruhiger am Anfang angeht. Deswegen gehe ich bei Schmitty mal ein bisschen runter. Wir können es jetzt auch schneller stellen. Wir müssen jetzt ja nicht mehr mehrere Fahrer im Blick haben. Zweite Zwischenzeit. Momentan Van Acker vorne. Mal schauen. Van Acker 12 Sekunden hinter Benni Fjord. Also, das läuft. Das läuft. Wäre natürlich schön, wenn Benni Fjord jetzt auch mal hier ein Rennen gewinnt. Da hat er schon gemuten, dass er der Michael Wassmer das Radsportmanager Teams 2016 wird. Beim 15er hatte ich mich ja selber noch mit eingebaut. Das lief eher so Jefimova-mäßig. Also, viele Tränen. Hab häufig geweint. Nach zwischen den Folgen auch. Ist mir immer mein Mascara verlaufen. So, Schmitty 13 Sekunden hinten. Wird jetzt ein enges Duell. Danach kommt noch De Klerk. Sind da noch gute Zeitfahrer dabei? Hier, Spengler aus der DTM. Eigentlich ja Kanadier. Ähm, Kessler. Da macht einen guten Ja auch immer. Und Porzner. Nö, da kommt kein guter Zeitfahrer mehr. Dann gehen wir wieder zu Schmitty hin. Können wieder etwas höher gehen. Jetzt kommt da vorne eh eine kleine Abfahrt. Und dann wird das wohl ein Tagessieg werden. Bjarne van Acker der Einzige, der hier in die Phalanx der Eurosportfahrer reingefahren ist. Momentan sind fünf im Ziel. Wir haben sechs Fahrer am Start. Und davon werden wahrscheinlich sechs der ersten sieben Plätze belegt werden. So, also Schmidt hat hinten raus auch nochmal Ja, er ist jetzt leider etwas früh platt. Das könnte Uiuiui, das wird ein enges Höschen. Und Michael Schmidt mit 24 Sekunden im Endeffekt. eine Sekunde sogar noch hinter Luis Pockel. Etwas überraschend. Mandrisch. Das ist aber ein Mandrisch von dir. Was ist das denn für ein blöder Name? Wo ist der denn jetzt? Da, der Mandrisch. John Mandrisch. Das klingt aber wirklich schon wieder sehr nach Osten. Ist ja nicht schlimm. Aber so Namen wie Chantal verbindet man halt jetzt mal. So klischeehaft halt. Klischees sind ja witzig. Klischees sind dazu da, um Witze zu machen. Das ist ja genauso wie Dortmund und Schalke. Da kann man sich ein bisschen kabbeln, da kann man sich ärgern, aber es muss nicht immer ausarten. Jo, erster ist noch einer reingefahren. Robert Kessler, alter Vater, vier Sekunden. Wieso habe ich das denn nicht mitbekommen? Aber Benni Fjord gewinnt. Saubere Leistung. Da steht er auch mal vor Freude direkt im Podest. Sehr cool. Gesamtwertung leider zwei Sekunden dahinter. Papplitz nach Papplitz, das klingt doch auch. Da kann Benni Fjord stolz sein. Der Benni Fjord der Sieger in Papplitz. Da kommt übrigens auch Papplitz Relations, PR abgekürzt. So, also Teamwertung haben wir denke ich mal im Sack. Da haben wir ganz souverän das Näschen vorne. Jetzt kommen natürlich noch einige Sprintwertungen auch. Wir können jetzt eigentlich mal einen kleinen Trick machen, oder? Ich würde natürlich mal schauen, ob es überhaupt 6 Sekunden Zeitbonifikation gibt bei den Sprints. Das würde mich interessieren. Können wir vielleicht vorher mal die Ergebnisse anschauen. Dann können wir vielleicht hohes Tempo machen, keine Ausreißer weglassen, mit Benni Fjord attackieren, Zeitbonifikation einsacken, gibt das Zeitbonifikation? Kann ich das hier nicht nachschauen? Wo kann ich das nachschauen? So, wir können mal Gesamtwertung nach der ersten Etappe 2, 14 Sekunden bei den Sprints. Ich glaube, es gibt Zeitbonifikation bei den Sprints und wir haben 2 Sekunden Rückstand. Gerade wenn wir den anderen Fahrer anschauen, nicht dass das ein Sprinter ist. der kam ja nach uns, also müsste der eigentlich bei den Sprints relativ gut dabei sein. So, Robert Kessler, ne, 59, also kein guter Sprinter. Ein passabler Zeitfahrer, aber eigentlich jetzt auch kein Riesenfahrer. Deswegen kommen, machen wir mal aus Spaß an Freud jetzt, wo ich wie gesagt so viel gelabert habe in dieser Folge. Probieren wir einfach mal eine Taktik aus. Also wenn es die 6 Sekunden Zeitbonifikation oder wie viel auch immer bei den Sprintwertungen bekommt, gibt, dann würde ich sagen, halten wir das Tempo jetzt am Anfang mal hoch, machen extrem hohes Tempo im Feld. Berg der vierten Kategorie, wir haben gute Hügelfahrer dabei, das sollte nicht das Problem sein. Pockel ist der Favorit, dann können wir vielleicht sogar mit ihm noch in den Sprint reinhalten, hinten raus. Und dann haben wir leider wieder eine relativ lange Folge. Aber wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen wach halten, heute Abend nicht wirklich viel vor, beziehungsweise einfach mal gar nichts. Ja, ich merke, ihr spielt gerade auf der kleinsten Geheige der Welt für mich. Nee, auch gewollt einfach mal gar nichts vor, weil morgen dann arbeiten und dann tatsächlich Samstag, Sonntag frei, ein Traum, so geht ihr, ein Traum. Gut, also, wir spannen vier Fahrer vorne hin, Luis Pockel ruht sich ein bisschen aus und Benni Fjord hat eine Tagesform von Plus Eins, sehr schön. Dann nehmen wir jetzt unsere anderen, die ja auch nicht schlecht sind. Luis Pockel ist natürlich auch, holen wir so viel Zeitbonifikation im Sprint raus, dass das für Luis Pockel noch reicht, ist natürlich auch eine Option, einfach auf den Sprint zu warten, aber ich finde es jetzt eigentlich mal ganz interessant. Wir machen das. Kronewald, Schmidt, sind natürlich alle dicht dran. Kontrollieren das mal. Toll, Pockel hat eh die Minus 3 heute, das wird wieder ein Megasprint, aber gut, der Sprintwert ist nicht davon betroffen. fahren mal ein Stück weiter nach vorne und dann führt das ohnehin dabei im weißen Trikot. Dann machen wir hier ein bisschen Führungsarbeit. Versuchen einfach mal diese Sprintwertung zu holen. Jetzt schauen wir aber erstmal ob es überhaupt Zeitbonifikation gibt. 3 Sekunden ist da nicht euer Ernst. 3 Sekunden das würde doch genau reichen. Wir haben 2 Sekunden Rückstand. Ist doch ein Schicksalsschlag. Das läuft doch. So, dann gehen wir mal wieder hier rein. Momentan noch kein Aufmerksamkeit. So, da war jetzt leider eine kleine Pause drin, aber jetzt geht's weiter. Musste gerade eine wichtige Nachricht beantworten, das konnte ich jetzt leider nicht mehr abwarten. Da konnte ich nicht mehr warten, da musste ich antworten. Ne, also alles gut. So, Handy hat trotzdem gerade noch mal vibriert, jetzt ignorieren wir es aber gerade mal. So, bis zur Sprintwertung, Ausreißer sind noch keine weg, das Feld ist auch relativ klein, sind hier nur 62 Fahrer, wir fahren mit 65er Wert, das ist jetzt auch noch nicht die Welt, dass die Fahrer da sofort hechelnd über den Henker gleiten. So, noch 5 Kilometer bis zur Bergwertung, die Strommasten im Hintergrund vorm schön, da kommen jetzt schon ein paar Fahrer nach vorne, die so ein bisschen bockig sind. Ich mache hier den Armstrong, ich sage, nein, keiner darf rausfahren. So, jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, auch die Sprintwertung zu holen. Oh, Bergwertung haben wir uns geholt. Yes, war natürlich mein Plan von vorn rein, ich habe gerade gezwinkert, falls ihr das nicht gehört habt, ich zwinkere sehr leise. So, dann machen wir jetzt Überraschungsattacke. Darf keiner wissen. Dann werden die anderen wahrscheinlich aus dem Weg. Jungs, ist doch nicht euer Ernst. So, komm, wir geben jetzt hier alles und der rote Balken blinkt. Rote Rakete, rote Rakete, rote Rakete. Entschuldigung. So, jetzt gehen wir wahrscheinlich direkt wieder in den Sprint über. Es reagiert nicht mal jemand. Hallo, ich mache hier Mega-Attacke, ich dachte, es wird voll schwer. Was? Nein, 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 das stimmt doch nicht, die vorübergehende Gesamtwertung stimmt doch nicht und Benni Fjord haut jetzt einfach ab. Kommen, wir lassen ihn in der Ausreißergruppe. Ne, ich glaube, das macht nicht so richtig Sinn. Warum fährt denn da keiner hinterher? Ne, also wir gehen jetzt nicht in die Ausreißergruppe mit Benni Fjord. Wir machen sowieso weiterhin die Nachführarbeit. Das läuft schon, ich dachte eigentlich, ich hätte sie eben weggeklickt, aber was soll's. Da geht jetzt eine Attacke. Die Taube, Taube fährt weg. Und jetzt haben wir ja auch alles, was wir wollten. Würde mich aber auch die vorübergehende Gesamtwertung interessieren. Oh, da darf ich fahren. Das ist mir jetzt, wie gesagt, auch ziemlich wurscht. So, Führungsarbeit behalten wir natürlich bei, aber nehmen jetzt mal ein bisschen Tempo raus. Da darf sich gerne eine Ausreißergruppe bilden. Jetzt würde mich allerdings die Gesamtwertung interessieren, weil die 3-Sekunden-Zeitbonifikation müssten wir ja bekommen haben. Wenn nicht, dann beschwere ich mich beim Entwickler. Dann rufe ich bei Cyanid an und sage hier, ich tue euch ein bisschen Cyanid in den Kaffee. Hat noch keinem geschadet. Wer Arsen und Spitzenhäubchen kennt, auch ein Film ganz modern. Da freue ich mich schon auf die 3D-Version. Das wird der absolute Action-Kracher werden. Arsen und Spitzenhäubchen, einfach mal googeln. Wer es nicht kennt, ein richtiger Action-Blockbuster. Ich glaube, aus den 40er, 50er, 50er Jahren wahrscheinlich. Das war noch echtes Kino. Warum? Das ist doch nicht wahr. Wir haben es doch gewonnen. Da, 3 Sekunden Zeitbonifikation, bitte. Die möchte ich jetzt sofort haben. Vielleicht kriegt man die aber auch erst am Ende der Etappe. Gut, dann bevor das jetzt hier alles ewig lange wird und wahrscheinlich wieder 15 Stunden. Ich wollte eigentlich nur eine kurze Folge aufnehmen, aber das war jetzt irgendwie, hat es mir Spaß gemacht. Und ich konnte einfach mal meinen Doping-Frost loswerden. Ein Wässer sollten wir uns noch holen. Sollte vielleicht nicht unbedingt Benifjord machen. Aber es gibt ja nochmal 2 Sekunden Zeitbonifikation, weil ja nur einer vorne weg ist. Können wir gleich nochmal ausreißen. Ja, Luis Pockel muss auch nicht unbedingt. Dann kommt Christian Reuter. Ja, hätte er immer eine bessere Tagesform im Zeitfahren gehabt. Aber plus 5 von Benifjord war natürlich nicht zu knacken. Ja, jetzt hat man auch andere vorne die Führungsarbeit mit übernommen. Dann nehmen wir nämlich nochmal runter zu Benifjord. 7 Kilometer, das ist schon okay. Fjord hat Wasser. Das ist immer gut für einen Fjord. Och Gott, dass unsere Jungs da immer im Weg sind, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt drängt uns der Depp da noch weg. Der Mann mit der Nummer 53, der Herr Lehner, der lehnt sich gegen uns. Lehnt sich gegen uns auf. So, komm, wir attackieren nochmal. Nochmal 2 Sekunden Zeitbonifikation. Gut. Das wäre geritzt. Dann können wir auch wieder etwas langsamer fahren. Dann geht es jetzt in die Sprintvorbereitung. Können wir einen schönen Sprintzug hier fahren für Luis Pockel, der wie gesagt nicht perfekt drauf ist. Wir haben aber auch keinen richtigen Sprintanfahrer. Ne, Tempo wollte ich keins machen. Kannst dich ausruhen. Hast du gut gemacht. Dann schauen wir mal. Da können wir jetzt einen richtig schönen Sprintzug anfahren. Wir warten noch ein bisschen. Die anderen machen ja Tempo. Unsere Fahrer sind eh vorne. Das Feld ist relativ klein. Eine Minute Vorsprung für den Ausrand, ob wir die Zeit bekommen. Das war ja der Sinn der Sache. So, mal kurz ein bisschen schneller stellen. Geht sogar nochmal Bersche Ruff. Das macht gar nichts für uns. So, Christian Reuter. Da kommen wir, machen wir mal. Erstmal zum Einsammeln. Carsten Kronewald lasse ich heute mal raus, weil er nicht so eine gute Tagesform hat. Sollte er sich mal an ihn hängen. Dann machen wir das so. Fjord lassen wir komplett raus. Da zeigt sich dann die Müdigkeit. Doch Schmitty hatte ich aber als drittes. Und Benni Fjord soll einfach nur vorne dranbleiben. Man kann sich ja an Luis Pockel dranhängen. So. Über einen 70er Wert geht ja noch. Aber wir sollten das Tempo vielleicht generell hochhalten. Es sieht aber so aus, als wären da zwei am Hinterrad von Schmidt. Dann muss Pockel an Kinn nun dran. Genau. So müsste es richtig rum sein. So, halt leider die Minus 3. Ist auch nicht mehr allzu weit. Dann können wir es nämlich nochmal etwas schneller stellen. Nicht vergessen nochmal ein paar Moorrüben zu verteilen. Kommen aber alles rein, was du hast. Tempo ist jetzt natürlich extrem. Aber das soll es auch sein. So, sobald der rote Balken weg ist, kommt der nächste in der Reihe. Das ist Schmitty. Und dann geht es da hinten leicht bergauf. Mal schauen. Ich glaube, wir brauchen da gar nicht groß. Dann kann Pockel nämlich jetzt schon mehr oder weniger raus. So, komm, diesmal nicht wieder stehen bleiben, mein Freund. Aber hinten raus sollte es doch diesmal eigentlich klappen. Na also. Na also. Schmitty gewinnt das mal wieder im Sitzen fast. Kinn nun hätte noch Power gehabt. Wird einfach mal 5. Da hätten wir sogar theoretisch mit Kinn nun noch sprinten können. Aber er hat einen Sprintwert von 62. Aber trotzdem. Er hat auf jeden Fall Pockel nochmal ein bisschen Kraft gespart. Etappensieg. Luis Pockel. Und ich hoffe mal, dass jetzt Benifjord nicht rausgefallen war. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Haben wir nicht gesehen. Wurscht. Wir gehen zur Siegerehrung. Da sehen wir Team Eurosport relativ gut vertreten vorne. Alles dieselbe Zeit. Luis Pockel. Jawohl. Gesamtwertung. 3 Sekunden haben wir jetzt Vorsprung. 5 Sekunden dann Zeitbonifikation. Dann wird das also nicht aktualisiert. Was ein bisschen schade ist eigentlich. Weil es ist ja in dem Sinne gelaufen. Luis Pockel jetzt bis auf 18 Sekunden ran an Benifjord. Also das könnte auch nochmal ein enges Höschen werden in den letzten Sprints. Ich weiß nicht, ob wir alle fahren. Ich würde es jetzt ja doch Benifjord eigentlich auch gönnen. Auch wenn es natürlich nur ein U23-Rennen ist. Luis Pockel. 18 Sekunden in der Bergwertung wieder zurück. Ja. Alles gefixt. Gar kein Problem. Kessler in der Punktewertung vorne. Natürlich auch, weil er im Zeitfahren noch vorne gelandet ist. Wobei Luis Pockel da auch nicht ganz schlecht war. Aber auf der ersten Etappe waren wir halt sehr schlecht. Und dann könnte das doch vielleicht für Benifjord sogar reichen. Gut, dass wir dort. Die Zwischenwertung ist natürlich ein bisschen gemogelt. Weil das Spiel darauf nicht so richtig reagiert. Trotzdem läuft. Die Folge ist relativ lang. Ich würde mich jetzt auch mal direkt verabschieden. Wir machen nochmal einen kleinen Blick auf die Platzierung. Kontinental sind wir ganz knapp vorne. 1041 Punkte. Super Prestige. Sind wir halt nicht ganz weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9er. Hinter Gazprom. Da blutet mir natürlich das Schalker Herz. Nein, Gazprom ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Verein. Da freue ich mich als Schalke-Fan immer wieder. Ich bin stolz, dass Gazprom der Sponsor des FC Schalke 04 ist. Hust. Aber sehr Hust. Jo. Dann würde ich sagen, Tour de Berlin machen wir in der nächsten Folge. Dann kann sein, dass wir mal eine kleine Pause vielleicht in der Folge machen. Und ich mal einiges simuliere. Rhone-Alp-Isère-Tour können wir natürlich auch zumindest die dritte Etappe spielen. Dann kommen aber so einige Sachen, die ich dann ganz gerne auch mal ohne euch spiele wahrscheinlich. Beziehungsweise gar nicht spiele, sondern einfach nur simuliere. Und dann kommt die Rhone de Lisard. Das ist auf jeden Fall ein schönes Event, weil es mal vier Bergwertungen oder vier Bergetappen sind. Die dritte ist jetzt nicht so ganz hügelig. Aber da können wir mal eine schöne Team-Taktik mit unserem Team Eurosport machen. Tour of Japan wird auch eher wieder hügelig. Ein Bergzeitfahren gibt es. Da können wir auch wieder ausgewählt Etappen fahren. Aber ich denke mal, unser Team ist gut aufgestellt. Wir sind erfolgreich. Und wir werden auch die erste Saison jetzt etwas schneller durchgehen, damit wir natürlich auch zu den größeren Rennen kommen. Jetzt, wo Michael Wassmer bei Paris-Nizza ja schon unterwegs ist. Da müssen wir jetzt natürlich reinhauen und auch hier endlich zu den Pro-Tour-Rennen kommen. Was allerdings wahrscheinlich erst so hundertprozentig in der dritten Saison passieren wird. Also, Dankeschön fürs Schauen. War, denke ich mal, eine ganz interessante Folge. Auch mal ein bisschen abseits des Radsports. Wie gesagt, das muss nicht jeder meine Meinung teilen. Denn ich glaube auch, das macht nicht jeder. Aber ich versuchte halt schon, in alle Richtungen zu denken. Deswegen, vielleicht habe ich jetzt auch zu einseitig in die Doping, in die alle sind eh gedopte Richtung geredet. Das ist auch gar nicht unbedingt meine Meinung. Es gibt sicherlich saubere Sportler, keine Frage. Aber wenn man erfolgreich sein will im Leistungssport, dann ist es leider, leider, leider unabdingbar, dass man tatsächlich dopt. Und das ist gerade für den Jugendsport sehr schwierig. Wir haben ja auch einen Experten noch, der selber viel Rad gefahren ist. Nicht, dass er jetzt zum Thema Doping sich viel äußert. Aber das ist natürlich doch auch immer wieder in den Hinterköpfen. Gerade Erik Zabler hat damals auch ein Interview gegeben. Hat dann auch gesagt, seinen Sohn in den Radsport zu schicken. Da hat er natürlich ein mulmiges Gefühl. Weil jetzt ist Erik Zabler natürlich auch ein Profi. Ist alles so ein bisschen schwierig. Da würde ich meinem Sohn, wenn ich einen Sohn hätte, würde ich ihm auch nicht unbedingt raten, ja komm, du wirst jetzt Radsportler. Ist so eine schwierige Geschichte. Aber gut, haben wir lange genug drüber geredet. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe da mit keinem jetzt auf die Schlappe getreten. Oder bin keinem zu nahe getreten. Also das ist meine Meinung dazu. Und wenn ihr selber eine Meinung dazu habt, beziehungsweise ihr äußern möchtet, könnt ihr das natürlich in den Kommentaren tun. Und lasst einen Daumen oben da. Und jetzt noch meinen Sammy Slimani-Spruch. Worte sind wie eine Zahnpastatube. Sind sie einmal raus, kriegst du sie nicht mehr zurück. Das ist Sammy Slimani. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn es mindestens 15 Daumen hoch gibt, dann erzähle ich euch meinen Lieblingsbrotaufstrich in der nächsten Folge. Das sind doch mal Sachen, womit man seine Abonnenten und Zuschauer auch motivieren kann. Ich hoffe, ihr macht das auch, weil Nutella. Scheiße, ich übe noch, ich übe noch, verdammt. Also bis zur nächsten Folge, dann geht es weiter bei der Tour.